Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Die heiße Phase des Europawahlkampfs hat begonnen. Am vergangenen Wochenende haben gleich mehrere Parteien auf einem Parteitag ihre Leitlinien für die EU-Wahl abgesteckt. So auch in Deutschland, AfD, FDP und die CSU in Bayern. Alle drei sparten dabei nicht mit Kritik an den Grünen, die laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Kern aller Probleme seien. Es ist noch nicht so lange her, dass Deutschland in einer globalen Krise stark war. Wir haben noch immer Krisen, aber wir haben jetzt kein starkes Deutschland mehr, sondern extrem schwaches. Sagt CSU-Chef Markus Söder. Die globale Krise, die er da anspricht, ist übrigens Corona. Und Stärke hat vor allem die bayerische Landesregierung bewiesen, indem Verstöße gegen die politischen Maßnahmen rigoros verfolgt und bestraft wurden. Das kritisiert auch die CSU-Basis. Die parteiinterne Vereinigung Konservativer Aufbruch fordert eine Aufarbeitung, auch wenn dies aktuellen Spitzenpolitikern der Partei schaden könnte. Welche Pläne es bezüglich Corona gibt und, wie in dem Zusammenhang, die Rolle von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu bewerten ist, Das frage ich gleich den Landessprecher der CSU-Basisbewegung, Dr. Thomas Jahn. Von dem strikten Klimakurs scheint sich die CSU jedenfalls abzuwenden. Ganz im Gegenteil zu den großen Leitmedien. Kein Tag, keine Sendung, kaum eine Moderation, ohne einen Hinweis auf die Schrecken der Klimakrise. Dass dabei vielfach Fake News verbreitet werden, weiß der Autor und Ingenieur Dr. Bernd Fleischmann. Er hat zahlreiche Klimameldungen widerlegt und bestimmte Medien als Wiederholungstäter überführt. Auch mit ihm werde ich in dieser Sendung sprechen. Es scheint nur noch ein kleiner Schritt, dass nach der Gesundheitsnotlage von nationaler Tragweite bald eine internationale Klimanotlage ausgerufen wird. Daran arbeitet jedenfalls die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zuerst aber soll in einem Monat der sogenannte Pandemievertrag verabschiedet werden, dem sich alle Mitgliedsstaaten unterordnen müssen. Wie der aktuelle Verhandlungsstand aussieht und welche konkreten Auswirkungen das Abkommen haben wird, das bespreche ich heute mit dem WHO-Kritiker und ehemaligen Chef des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz. In einem Kommentar von Oliver Gorus geht es dann schließlich um die zentrale Frage, führen Wahlen zur Freiheit? Kann der Bürger also konkret etwas an der aktuellen Politik ändern? Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die CSU in Bayern gibt sich zum Auftakt des Europawahlkampfs kämpferisch. Auf dem Parteitag der CSU am Wochenende in München attackierte Parteichef Markus Söder dabei vor allem die Grünen. Mit ihnen sei in Zukunft keine gemeinsame Politik zu machen. Bei der CSU-Basis kommt das gut an. Doch bei einigen Mitgliedern rumort es dennoch. Einige von ihnen meinen, für eine wirkliche Politikwende müssen auch Fehler der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Etwa wenn es um die Corona-Zeit geht. Dafür steht auch der konservative Aufbruch. Eine Basisbewegung innerhalb der CSU. Welche Forderungen es gibt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem ersten Landessprecher der Bewegung, dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Jahn. Schönen guten Tag. Grüße Sie, Herr Joppa. Herr Jahn, der konservative Aufbruch für Werte und Freiheit hat sich bereits 2014 in Nürnberg gegründet. Zu diesem Zeitpunkt stellte ja die Union noch zusammen mit der SPD die Bundesregierung. Was war denn damals der Grund für die Gründung? Der Grund und der Anlass waren im Wesentlichen drei große Fehlentscheidungen, die uns ja auch heute auf die Füße fallen und die wir damals sehr vehement kritisiert hatten. Das war eben der Ausstieg aus der Kernenergie 2011. Es war dann auch die Abschaffung der Wehrpflicht. Das ist heute wieder ein Problem, wenn wir den Ukraine-Konflikt sehen. Und insbesondere damals auch die Euro-Rettungspolitik, die wir stark kritisiert hatten. Das hat uns dazu veranlasst, eben nachdem es schon einige Vorläufer gab, für den konservativen Aufbruch uns dann zu konstituieren und als Basisinitiative zu gründen. Während der Corona-Zeit wechselten CDU und ihre CSU dann im Bund in die Opposition. In Bayern ist die CSU ja weiterhin die führende Kraft. Wie blicken Sie heute generell auf das Regierungshandeln während der sogenannten Pandemie-Jahre? Sehr kritisch, muss ich sagen. Und ich bin da auch nicht alleine. Wir haben das auch als konservativer Aufbruch, genauso auch wie die Werteunion das getan hat, während der Corona-Zeit kritisiert. Wir hatten beispielsweise eine Kampagne gestartet, damals mit dem Titel Macht Bayern wieder auf? Denn die Maßnahmen waren ja gerade in Bayern besonders rigide. Und wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Datenbasis dafür fehlt, dass viele Dinge, wie sie in den Medien dargestellt worden sind, in der Realität nicht so waren. Und die Schäden waren ja am Ende, ob das jetzt die Auswirkungen für die Kinder waren, ob das die Einzelhändler, der Mittelstand, die Gastronomie waren, die Schäden waren ja immens. Und deswegen sagen wir heute eben auch, es muss hier eine Aufarbeitung geben. Und man kann über diese Zeit jetzt nicht einfach nur so hinweggehen. In einer aktuellen Pressemitteilung, da fordert Ihre Bewegung auch eine umfassende Aufarbeitung. Direkt zu Beginn werden dort auch die von Multipolar freigeklagten sogenannten RKI-Files genannt. Waren diese Dokumente auch der Hauptgrund für Ihr Anliegen? Das hat nochmal einen ganz klaren Auftrieb gegeben. Die RKI-Files zeigen ja ganz deutlich, dass die Tatsachengrundlage eine ganz andere war letztlich. Das Stichwort lautet hier hochskalieren. Da ist ein Infektionsgeschehen dargestellt worden, was es in der Realität nicht gegeben hat. Und das wirft natürlich ganz erhebliche rechtsstaatliche Fragen auch auf, weil sich natürlich alle Gerichte auf diese RKI-Auskünfte oder diese RKI-Feststellungen berufen haben, die sich jetzt in der Realität ganz anders darstellen. Und hier gibt es natürlich ja immenses Potenzial für Wiederaufnahmeverfahren, für jahrelange Rechtsstreitigkeiten, weswegen wir eben auch sagen, Wir brauchen in Deutschland und in Bayern natürlich auch unbedingt eine Generalamnestie nach dem Vorbild von Slowenien, dass das ja innerhalb der EU schon mal durchexerziert hat, wie wichtig das auch zur Befriedung von vielen gesellschaftlichen Konflikten wäre. Sie sagen also, dass auch alte Urteile aus der Corona-Zeit aufgehoben werden sollten, etwa wenn es um Maskenverstöße geht. Das klingt mir nach einem sehr großen juristischen Aufwand. Gibt es dafür überhaupt Kapazitäten? Ich denke, dass die Kapazitäten jederzeit geschaffen werden könnten. Das ist eine politische Frage, das ist ein politischer Wille, wenn wir heute sehen, wie manche Staatsanwaltschaften einen riesigen Ermittlungseifer an den Tag legen, wenn es um sogenannte Meinungsdelikte geht. Da haben wir leider ja in Bayern auch jetzt wieder schlechte Erfahrungen gemacht, wie einige Anzeigen von grünen Politikern gegen kritische Bürger gezeigt haben. Beim Amtsgericht Weilheim spielte dieser Fall. Also die Kapazitäten könnte man aus unserer Sicht sicherlich schaffen. Das heißt aber, dass Sie sich diese Aufarbeitung nicht nur juristisch, sondern auch politisch wünschen? Die politische Aufarbeitung ist in jedem Fall notwendig, um eine Wiederholung zu verhindern. Das Problem ist ja auch, da kommen wir wieder letztlich zu unserem Gründungsmanifest und zu dem, was den konservativen Aufbruch ausmacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass wir in einer Partei sind, in der CSU, die sich auf einer Ebene bewegt, wo es um Daten, um Fakten und um Argumente geht und eben nicht um Etikettierungen und Diffamierungen. Also das ist nach unserem Dafürhalten, deswegen nennen wir uns ja auch konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit, das ist die sozusagen Geschäftsgrundlage für jede bürgerliche Politik, die uns von der linken Seite eigentlich abgrenzt und abgrenzen sollte. Und in der Corona-Zeit hat man diese Geschäftsgrundlage verlassen, weil die Daten und die Argumente eben was anderes gezeigt haben. Und es mag durch viele Medien auch angestachelt gewesen sein oder durch andere Dinge, aber mit der Realität hat es eben nicht sehr viel zu tun. Und ich glaube, wir schulden das auch dem Grundsatzprogramm der CSU und dem christlichen Menschenbild, dass wir hier eine Aufarbeitung machen. Nun gehört zu dieser Aufarbeitung ja auch die genaue Betrachtung des Regierungshandelns von damals. Das würde aber bedeuten, dass auch führende Politiker von damals in den Fokus rücken, etwa Ministerpräsident Markus Söder oder auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holecek, der bis Ende 23 Gesundheitsminister im Freistaat war. Könnte also solch eine Aufarbeitung nicht auch der eigenen Partei ihrer CSU schaden? Naja, man muss unterscheiden zwischen den Personen und dem Auftrag der Partei beziehungsweise dem, was eine Partei auch dem Land selbstverständlich schuldet. Zunächst ist mal der erste Schritt, Transparenz zu schaffen. Ich glaube, dass alle Beteiligten auch selber ein Interesse daran haben müssten, transparent darzulegen, welche Daten vorhanden gewesen sind. Es kann ja durchaus sein, dass die Bayerische Staatsregierung vom RKI dieselben fehlerhaften Auskünfte bekommen hat, wie sie sich jetzt durch die RKI-Files herausgestellt haben. Und dann muss man das natürlich auf Bundesebene entsprechend aufarbeiten. Also was wir für falsch erachten ist, dass man den Mantel des Schweigens drüber breiten möchte und dass man eben nicht transparent an die Dinge herangeht, sondern ich glaube, das würde eben gerade auch ein Riesenvorteil sein für eine Partei, wenn sie sagen würde, wir sind bereit, Transparenz zu schaffen und die Dinge aufzuarbeiten. Die besagten RKI-Daten, die gingen in der Tat damals an alle Landesregierungen in Deutschland. Aber wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet im CSU-geführten Bayern viele Corona-Maßnahmen damals besonders streng waren? Ich erinnere mich da an die Maskenkontrollen oder auch an das Verweilverbot auf Parkbänken. Wir können uns das auch nicht erklären. Ich denke, das hat auch einen politischen Hintergrund gehabt, dass man hier in irgendeiner Weise Musterschüler sein wollte. Da waren auch viele falsche Verständnisse von Recht, Gesetz und Ordnung dabei. Es ist immer richtig, wenn man gesetzliche Bestimmungen natürlich strikt überwacht und auch vollzieht. Das ist grundsätzlich richtig. Aber in diesem Fall musste man natürlich Dinge hinterfragen und es musste natürlich von vornherein auch den handelnden Personen klar sein, dass da ganz viele Maßnahmen dabei waren, die völlig überzogen waren. Und zum Teil hat ja das Innenministerium da auch reagiert. Ich meine, wir haben auf örtlicher Ebene, ich bin ja auch als Stadtrat tätig in Kaufbeuren. Auf lokaler Ebene haben wir Landratsämter erlebt, die haben irgendwelche Einreisesperren verhängt zu Corona-Zeiten. Ich habe mich damals ans Innenministerium gewandt. Die haben das dann sofort aufgehoben. Es hätte den Effekt gehabt, dass manche Bürger gar nicht mehr hätten vor die Tür oder in die Arbeitsstätte kommen können. Also es gab auch mäßigende Einflussnahmen, aber es sind viele Fehler gemacht worden und die Konsequenzen sind halt so gravierend, dass man nicht einfach drüber weggehen kann. Lassen Sie uns von der Kommunalen noch einmal kurz auf die europäische Ebene schauen. Auf dem Europaparteitag am vergangenen Wochenende, da hat sich CSU-Parteichef Markus Söder auch noch einmal demonstrativ hinter die konservative Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen gestellt. Auch ihr Name ist ja eng mit der Corona-Zeit verknüpft, etwa wenn es um die Impfstoffverträge und gelöschte SMS geht. Wie steht der konservative Aufbruch zur EU-Kommissionspräsidentin? Also wir haben natürlich von der Leyen nie unterstützt, sondern waren strikt dagegen, dass sie Kommissionspräsidentin wird. Wir waren vollkommen vor den Kopf gestoßen, als dann 2019 Frau von der Leyen aus dem Hut gezaubert wurde, die ja nie Kandidatin war. Es ist ein absolutes Unding gewesen und sie hat ja jetzt fünf Jahre lang ausschließlich linksgrüne Politik betrieben in Brüssel. Und es ist für uns völlig unverständlich, dass jetzt Frau von der Leyen zur Spitzenkandidatin erklärt wird. Es ist ja auch ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem. Das, was auf dem Parteitag am Sonntag durchaus richtig geäußert wurde von der CSU-Spitze, viele durchaus positive Impulse, Entbürokratisierung, eine rationale, vernunftbasierte Energiepolitik und so weiter, all das wird ja konterkariert durch den Green Deal, der ja immer noch die Geschäftsgrundlage ist für die Politik der Kommission. Und die Frau von der Leyen hat das ja nie eingebremst, sondern sie war immer Treiberin dieser Politik. Und insofern ist das die völlig unpassende Kandidatin, die eigentlich mit der aktuellen Programmatik der Union nichts zu tun hat. Und das führt nicht zu einer besonderen Glaubwürdigkeit. Abschließend, Herr Jahn, wie soll es jetzt weitergehen mit Ihrem Anliegen auch innerhalb der Partei? Also wie möchte sich Ihre Bewegung innerhalb der CSU jetzt etablieren und natürlich auch die Ziele, nicht nur die Corona-Ziele, sondern auch generell die konservativen Werte wieder zurückbringen in die Partei? Also was unser Anliegen ist, was aber, das räumen wir auch ein, wirklich sehr schwierig ist, ist, dass eine Aufarbeitung der Merkel-Zeit insgesamt erfolgen müsste. Also wir haben sowohl in CDU als auch in CSU das Riesenproblem, dass es überhaupt keinen Schnitt gibt zu dieser Zeit. Die Frau Merkel hat ja, als sie angetreten ist als Parteivorsitzende, das genaue Gegenteil gemacht. Sie hat also die Ära Kohl für beendet erklärt, hat einen völlig anderen Kurs eingeschlagen, dann der sozusagen immer weiter nach links gedreht wurde, je länger sie Parteivorsitzende und dann später Bundeskanzlerin war, dies wieder zurückzufahren, ist bis heute überhaupt nicht passiert, sondern es würde jetzt zum Beispiel notwendig sein, dazu haben wir auch schon immer Anträge eingebracht, auch auf Parteitagen, dass jegliche schwarz-grüne Zusammenarbeit beendet wird. Wir wollen sie weder auf der kommunalen Ebene und erst recht nicht auf der Landesebene. In Bayern ist das zum Glück nicht der Fall auf der Landesebene, aber eben in der CDU und vielen anderen Bundesländern, was für uns wieder über den Bundesrat negative Auswirkungen hat. Wir sehen das allerdings skeptisch, dass wir dieses Ziel erreichen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ganz viele bei uns, die natürlich mittlerweile auch in der CSU aufgepackten Koffern sitzen. Und ich glaube, dass das die Parteiführung noch gar nicht richtig begriffen hat. Sagt Rechtsanwalt und CSU-Mitglied Dr. Thomas Jahn, erster Landessprecher der Bewegung Konservativer Aufbruch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bastelt weiterhin an einem sogenannten Pandemievertrag. Alle Mitgliedstaaten sollen sich dem unterordnen und er räumt der WHO weitreichende Befugnisse ein. Eigentlich sollte er Ende Mai verabschiedet werden, doch in den Verhandlungen hakt es. Bei welchen Themen es bereits Einigung gibt, was strittig ist, darüber spreche ich jetzt mit dem WHO-Kritiker und ehemaligen Chef des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Jobber. Herr Kranz, die WHO-Arbeitsgruppe der Reform hat vor wenigen Tagen einen neuen Textvorschlag veröffentlicht. Ein Monat vor der geplanten Abstimmung wird dort überraschend vorgeschlagen, zusätzlich zu einer gesundheitlichen Notlage von nationaler Tragweite auch eine pandemische Notlage zu definieren. Was soll das genau bedeuten? Jetzt müssen Sie differenzieren. Also die INB-Sitzung findet heute statt. Das ist diese Arbeitsgruppe, die an dem Vertrag arbeitet. Letzte Woche war die Arbeitsgruppe, die an den Vorschriften arbeitet, an den Gesundheitsvorschriften. Wir sprechen hier von zwei völlig verschiedenen Dingen, die aber absolut miteinander verschränkt sind. Also das eine ist, was heute besprochen wird in der INB-Gruppe, auf gut Deutsch Intergovernmental Negotiating Board. Die diskutieren die Endfassung des Vertrages, der am 27.05. der Weltbevölkerung vorgestellt wird. Das andere ist die internationale Gesundheitsvorschrift. Da sitzt eine Arbeitsgruppe dran, die arbeitet auch, die hat letzte Woche getagt. Den kennt auch keiner. Diese Endfassung ist eigentlich nicht bekannt. Die ganzen zwei, drei Jahre, in denen das Ganze gelaufen ist, waren ja fast nur Geheimverhandlungen. Man hat nicht gewusst, was bei den Veranstaltungen besprochen worden ist. Man hat nicht gewusst, was die Ergebnisse waren. Man hat nur vier Variationen des Vertrages gefunden. Es war die erste Version, die Zero-Version, die sehr viel Kritik hervorgerufen hat. Die zweite Version war die Büro-Version. Die ist unmittelbar nach der Generalversammlung des letzten Jahres entstanden und hat die Begriffe der Handlungsmaximen Würde, Menschenrechte, Freiheitsrechte wieder aufgenommen, aber relativiert. Die dritte Fassung war im Herbst dann die Negotiating-Version. Und die vierte ist dann im Februar ausgetraben worden von Rogaski, der die neue Fassung gefunden hat auf einem Server einer Universität in Genf. Die ist versehentlich dort eingestellt gewesen. Auf der fußen derzeit die meisten Beschweibungen und die meisten Stellungnahmen. Tatsache ist, die Verträge alle mehr oder weniger sozusagen den gleichen Grundtenor haben. Nur die Ausformung ist etwas anders. Es werden also einzelne Paragraphen gekürzt, es werden Seitenzahlen gekürzt, es werden Begrifflichkeiten verwendet, die weniger schlimm klingen, allzu klare Aussagen, die in den ersten Versionen noch drin waren. Lassen Sie uns da im Einzelnen drauf schauen. Also was ist denn jetzt tatsächlich bekannt, was dieser WHO-Pandemie-Vertrag für Auswirkungen haben wird? Weil es wird ja sehr viel gerätselt und sehr viel ist ja anscheinend auch unsicher. Was sind denn die Fakten, die bekannt sind? Die Fakten, die bekannt sind, ist, dass die WHO mit den 194 Mitgliedstaaten ein Vertragswerk abschließen will, dass der WHO die Möglichkeit gibt, weltweit als Gesundheitsministerium sozusagen zu reagieren. Es wird also so sein, dass die WHO entscheiden kann, ausschließlich und allein, ob eine gesundheitliche Notlage von weltweiter Bedeutung, und so auf Englisch Fake abgekürzt, ob ein solcher Fake existiert oder nicht. Das ist das Erste. Die letztliche Entscheidung trifft ausschließlich der Generalsekretär Tetros Gaius. Das Dritte ist, dass am Anfang, in den ersten Versionen standen, das ist noch etwas anders formuliert da, dass sowohl potenzielle Gefahren zur Ausrufung eines Gesundheitsnotstandes führen könnten, auch irgendwelche Krankheiten, die von Mensch zu Mensch und von Tier auf Mensch übertragen werden könnten, deren Ursache unklar ist, könnte zur Ausrufung eines Notstandes führen und lasperten und lesen sogar irgendwelche pneumotische Krankheiten, deren Anlass unbekannt ist. Selbst das hätte dazu führen können, dass Tetros einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausruft. Das heißt, die Anlässe wurden beliebiger, und zwar so beliebig, dass jede Krankheit, die irgendwo erkannt wird, sofort zum Anlass nehmen kann, einen weltweiten Notstand auszurufen. Darüber hinaus durften die sechs Direktoren, die Subdirektoren, das für ihre regionale Zuständigkeit auch machen, sodass also da ziemlich viel Wildmux entstehen könnte. Diese Entscheidung, die getroffen wird, ist unwiderruflich. Es gibt keine Rechtsmittel dagegen. Man kann kein Gericht anrufen. Es gibt keine Instanz, die das prüft vorher, vor der Entscheidung. Keine Instanz, die nach der Entscheidung das überprüfen, kontrolliert und eventuell zurücknehmen kann. Und selbst wenn die Staaten nicht einverstanden sind mit den Maßnahmen, selbst dann gelten die. Und das ist etwas, was absolut totalitär ist und absolut nicht mit dem demokratischen Prinzipien übereinstimmt und deswegen zur Aufgabe der Souveränität führen kann. Bislang hat die WHO in ihrer Geschichte siebenmal eine Notlage, eine sogenannte ausgerufen. Die meisten werden sich vermutlich jetzt nur an Corona erinnern. Es gab aber auch etwa die Schweinegrippe, die Affenpocken. Das hat sich nachträglich als deutlich weniger schlimm herausgestellt. Also das ist ein wunderschönes Beispiel, das sie bringen mit den Affenpocken. Bei den Affenpocken 22 im Herbst hat Tetros die eigene Emergency-Kommission, die eingerichtet ist, um derartige Notfälle zu überprüfen, ob sie bestehen oder nicht, die mit 9 zu 6 ihn überstimmt haben, links liegen lassen, hat trotzdem die Affenpocken-Pandemie ausgesprochen. Das heißt, wenn die eigene Kommission sagt, das ist keine Pandemie und der Tetros sagen kann, und ich rufe sie trotzdem aus, dann zeigt das schon ziemlich totalitärer Charakter. Nun haben wir bei den Affenpocken selbst aber, zumindest wüsste ich, keine großen Auswirkungen hier auch in Deutschland gespürt. Welche Auswirkungen könnte denn so ein Pandemie-Vertrag dann hervorrufen, wenn Herr Tetros sagt, das ist jetzt eine allgemeine Notlage? Ja, das sind die Maßnahmen, die beschrieben sind in der Gesundheitsvorschrift. Das ist der ganze Katalog der Grausamkeiten, die wir erlebt haben. Sie erinnern sich an den Lockdown, Sie erinnern sich an Schulschließungen, an Kindertagesstättenschließungen und, und, und. Die ganze Kette, dass nicht rausgehen dürfen, die Kontaktverbot, die Kontaktverfolgung. All das, was in den letzten vier Jahren in Vergessenheit geraten ist. Erinnern Sie sich noch, wie die Polizei die rodelnden Kinder im Bayerischen Wald gejagt hat, weil sie zu dritt, zu viert rodelten? Erinnern Sie sich noch an die Verfolgungsfahrt der Polizei gegen drei Jugendliche, die Skat irgendwo gespielt haben und sind dann abgehauen und sind in die Wiese gerannt und die Polizei mit dem Streifenwagen hinterher? Erinnern Sie sich noch an den Rentner, der in Düsseldorf auf der Parkbank nach 21 Uhr noch angetroffen worden ist und sofort in Gewahrsam genommen worden ist, weil er nach 21 Uhr nichts mehr auf der Straße zu suchen hatte. Wir haben das alles vergessen. Das waren Maßnahmen, die weitaus, wie hat der Gesundheitsminister gesagt, das war etwas übertrieben. Deutschlands Gesundheitsminister ist ein gutes Stichwort. Karl Lauterbach, der betont immer wieder, wie gut der Vertrag, der Pandemievertrag auch für das Pandemie-Management sein würde. Und er sagt, die Souveränität eines Staates werde dabei aber definitiv nicht aufgegeben. Wie bewerten Sie diese Einschätzung? Das sagt seine Staatssekretärin auch. Die schreibt das sogar auf Anfragen der eigenen Abgeordneten und schreibt dann ziemlich kess, dass die Souveränität absolut nicht aufgehoben worden sei. Das ist absolut falsch. Die Souveränität wird dann aufgehoben sein, wenn das Vertragswerk unterschrieben ist. Diese schleichende Entwertung des Papiers, es ist ja kein Gewinn, was jetzt entstanden ist, die neuen Fassungen, die ja immer weiter etwas abgeschmolzen worden sind. Jetzt haben sie einzelne Elemente rausgenommen, und haben sie bis auf 2026 verlagert. Das ist auch eine raffinierte Art und Weise nach der Scheibchenpolitik, die Jean-Claude Juncker ja mal so schön formuliert hat. Wir entscheiden was, dann warten wir ab, ob es Geschrei gibt. Und wenn es kein großes Geschrei gibt, dann machen wir die nächste Sache. Und dann machen wir weiter und weiter, bis wir das endlich durchgesetzt haben. Genau dieses Prinzip verfolgt die WEF, die WHO und die UN-Organisation. Sie machen Schritt für Schritt das, was sie machen wollen, nämlich eine One-World-Governance. Sie wollen die eine Weltregierung schaffen und die einzelnen Staaten sozusagen unterjochen. Das ist ein Ermächtigungsgesetz, was hier geschaffen werden wird. Und wenn das durch ist, dann werden die Souveränitätsfragen kommen. Aber dann haben wir keine Rechtsmittel mehr. Es gibt da nur noch eine einzige Möglichkeit, der Austritt. Sie sagen, wenn der Vertrag durchkommt, die WHO zählt ja 194 Mitgliedstaaten. Wie kann es die Weltgesundheitsorganisation denn schaffen, dass da tatsächlich am Ende alle mitziehen werden? Zumal sich ja kleinere Staaten da in eine noch größere Abhängigkeit begeben. Ah ja, es ist ja relativ einfach. Das ist alles vorgeschrieben und vorgegeben. Wenn dieser Vertrag mit zwei Drittel Mehrheit bei der Weltgesundheitsgeneralversammlung im Mai diesen Jahres positiv abgestimmt wird, dann geht er in die nationalen Staaten, in die Mitgliedstaaten zur Artifizierung. Das ist vorgesehen im Gesetz. Auch das wird also dann auf Deutschland zukommen. Wir werden das dann noch einmal im Bundestag und im Bundesrat diskutieren müssen, was in diesem Vertrag niedergelegt ist. Das ist ja ein Kind von Jens Spahn. Jens Spahn hatte ja damals gesagt, wir müssen die WHO stärken. Die WHO muss viel besser aufgestellt werden bei solchen Dingen. Das war eine Kernforderung von Jens Spahn, der hat das auch forciert. Ich habe noch nie so ein schnelles internationales Management erlebt in dieser Geschichte. Innerhalb eines Jahres wurden schon die ersten Entwürfe vorgelegt. Die Ratifizierungsmaßnahmen werden in den jeweiligen Staaten kommen müssen. Und wenn 30 Staaten diese Ratifizierung hinter sich haben, dann ist dieser Vertrag völlig rechtlich wirksam. Für alle, die ihn unterschrieben und ratifiziert haben. Für die, die ihn nicht unterschrieben, nicht ratifiziert haben, nicht. Für den bleibt es beim alten Recht. Und dann ist die Souveränität infrage gestellt. Denn dann kann Tetros entscheiden, ob ein Fake vorliegt oder nicht. Und er kann entscheiden, welche Maßnahmen draufgelegt werden. Er kann entscheiden, wo Pharmaprodukte produziert werden. Er kann entscheiden, wohin diese verteilt werden. Er hat Zugriff auf die Logistik, auf die Produktion. Er hat Zugriff selbst auf das geistige Eigentum, das dahinter steht bei den Pharmaindustrie. Deswegen hat der internationale Verband der Pharmaproduzenten und Transporteure auch sich gegen diesen Vertrag ausgesprochen. Er hat gesagt, lieber gar keinen Vertrag als so einen Vertrag, der ja uns regelrecht knebelt. Es gibt auch diesen Vertrag, das haben sie auch rausgenommen, bis 2026, diese Frage des One-Health-Approach, dieses einen Gesundheitsansatzes. Das heißt, dass die WHO zuständig werden wird, und das wird kommen, für Tiere, für Menschen, für Pflanzen, für die Umwelt, für das Klima. Und es können sich an zwei Fingern auszählen, was es bedeutet, wenn der Tetros einen Klimanotstand ausspricht und das Verbot für Fahrzeuge zu fahren an ungeraden Tagen oder an geraden Tagen nur E-Autos fahren dürfen. Alles ist offen. Deswegen gibt es ja auch eine breite Kritik auch in der Bevölkerung gegen diesen Pandemievertrag. Es gibt aktuell auch eine Petition, die lautet, bekämpfe die Machtergreifung der WHO, sag nein zum Pandemievertrag. Über eine halbe Million Unterschriften hat die bereits. In den öffentlich-rechtlichen Medien, da werden Gegner des Pandemievertrags oft als Anhänger der Verschwörungsszene bezeichnet. Warum wird denn der Pandemievertrag Ihrer Meinung nach so positiv in den Leitmedien dargestellt? Er wird von den Altparteien entsprechend gefördert. Das haben Sie ja im letzten Jahr im Mai bei der Entscheidung über den Antrag der Ampelfraktion gesehen. Da haben fast alle Parteien außer AfD, zwei Fraktionslose und einem aufrichtigen CDU-Abgeordneten, dem ich wahrscheinlich keine große politische Zukunft mehr zurechnen kann, haben alle dafür gestimmt für diesen Antrag, außer diese Personen. Das zeigt, dass das Ding getragen ist von den Regierungsparteien, von der Ampelpartei. Und dementsprechend in die Parteiebene wird auch Druck gemacht. Eine Einschätzung war das von dem WHO-Kritiker und ehemaligen Chef des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, darüber zu sprechen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der aktuelle Monat neigt sich dem Ende zu. Begonnen hatte er mit einem herrlich warmen Osterfest. Dann gab es aber sogar noch mal Schnee und Eis. Und jetzt ist der Frühling wieder zurück. Früher, da nannte man das Aprilwetter. Heute ist das unnormal und selbstverständlich der Klimawandel. In den großen Medien gehört all das mittlerweile zum Leitmotiv. Und nicht selten wird dem Bürger dabei auch ein Märchen aufgetischt. Über die Klimalügen spreche ich jetzt mit dem Autor und Ingenieur Dr. Bernd Fleischmann. Schönen guten Tag. Guten Tag, Werther. Herr Fleischmann, auf Ihrer Webseite klima-wahrheiten.de, da stellen Sie direkt zu Beginn klar, dass Sie nicht in Abhängigkeit von Forschungsgeldern oder Industriefirmen sind und auch keine Anteile an irgendwelchen Energiekonzernen halten. Warum ist es Ihnen wichtig, das so prominent richtigzustellen? Ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, woher derjenige kommt, der spricht und für wen er arbeitet. Wenn Sie Klimaforscher sind, bekommen Sie heutzutage nur Forschungsgeld, wenn Sie irgendwas machen, um den menschengemachten Klimawandel zu dramatisieren. Wenn jemand sagt, das ist alles halb so schön, bekommt er dafür sicherlich keine Forschungsgelder. Und die meisten Firmen, die sind ja auf diesen Zug aufgesprungen. Und da sieht es ähnlich aus. Egal, wo Sie hinschauen, das muss nicht nur ein Windradhersteller sein. Die Automobilhersteller, die wollen jetzt auch zusätzlich Autos verkaufen an die Leute, die eigentlich kein Neues brauchen. Also ich bin unabhängig, ich bin auch finanziell unabhängig. Ich verlange für meine Vorträge auch kein Geld und habe da ein ganz ruhiges Gewissen und kann immer sagen, mir zahlt keiner was für diese Aussagen. Die Aussagen kommen aus dem Studium von ungefähr 800 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Sie beschäftigen sich ja bereits seit Jahren mit der Klimathematik, aber eben anders, als es viele westliche Mainstream-Journalisten in der Regel tun. Das heißt, wo liegt genau der Unterschied? Wie recherchieren Sie da genau? Ja, ich lese Originalveröffentlichungen in den Wissenschaftsmagazinen. Wenn ich in ein Mainstream-Medium schaue, dann ist das manchmal recht lustig. Manchmal ist es eigerlich, weil da so viele Unwahrheiten produziert werden. Manche Sachen sind so dumm, das fällt eigentlich jedem auf. Wie letztes Jahr die Lüge zum Thema Gardasee, der angeblich austrocknet. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie irgendjemand mit Verstand sowas schreibt, wie eine Chefredaktion sowas durchwinkt, dass der Gardasee nur noch zur Hälfte oder nur noch zu 38 Prozent gefüllt ist. Wir haben diese Bilder ja auch damals überall gesehen. Also sprich, in den Medien wurden diese fast ausgetrockneten Seewelten da präsentiert. Was konnten Sie denn stattdessen feststellen? Am Südende des Gardasees, da gibt es ein paar flache Gebiete. Da ist grundsätzlich nicht viel Wasser drin. Wenn der Wasserstand hoch ist, ist es ein Meter. Und wenn er niedrig ist, ist es ein halber Meter. Die mittlere Tiefe des Gardasees ist 133 Meter. Der kann gar nicht trocken fallen oder zur Hälfte leer werden. Das ist völliger Unsinn. Wenn man sich die Statistik anschaut, es dauert nur ein paar Sekunden, wenn man in Google eingibt, Gardasee Pegel. Dann kommen die Messungen der Italiener, die das sehr schön darstellen, auch mit Jahresvergleichen. Und dann sieht man sofort, okay, das war jetzt mal unterdurchschnittlich, was den Wasserstand betrifft. Zwei, drei Monate später war es wieder im normalen Bereich. Und jetzt im Frühjahr war es sogar mehr als sonst. Das variiert einfach. Aber dieser Null-Level, das ist ein Wert, der einfach mal festgelegt wurde als das, was als Mononym bei einer Trockenperiode erwartet wird. Das nennt man dann Null. Und ich glaube, letztes Jahr waren wir noch einen halben Meter drüber. Und trotzdem ist Alarm geschlagen worden. Wassernot am Gardasee hat die ARD getitelt. Völlig irre. Damit wird einfach nur Propaganda gemacht. Ich frage mich, ob es wirklich Leute gibt, die auf sowas noch reinfallen. Aber wahrscheinlich gibt es die, sonst würden die das ja nicht machen. Die Zeitungen und der Staatsfunk. Ja, auch die Süddeutsche Zeitung hat da sowas geschrieben in der Richtung. Sehr, sehr merkwürdig. Für viele ist tatsächlich ja das Vertrauen in diese Medien noch nicht entschwunden. Die Trockenheit, die ist ja auch immer wieder ein Thema in Deutschland und wird als Zeichen der sogenannten Klimakrise genannt. Etwa wenn es um die Böden oder um Waldbrände in Brandenburg geht. Ist denn die Dürre jetzt ein zunehmendes Problem oder nicht? Das ist ein saisonales Problem, kann auch ein mehrjähriges Problem sein. Das hat aber nichts mit Klimawandel zu tun. Denn trockene Phasen, die gab es auch schon vor 50 oder vor 100 Jahren in Deutschland. Und da führt der Deutsche Wetterdienst eine sehr schöne Statistik. Und wenn man sich das anschaut auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes, dann stellt man fest, und das sagt auch der Deutsche Wetterdienst mit der linearen Approximation, dass insgesamt die Niederschläge ansteigen über die letzten 100 Jahre. Letztes Jahr war es dann auch wieder überdurchschnittlich. Das ist Wetter. Klima wird ja als Mittel über 30 Jahre verstanden. Und wenn es dann zwischendurch mal drei, vier oder fünf Jahre trocken ist, ist das nicht Klima. Dann gehört das noch zum Wetter eigentlich. Oder wenn es dann mal heißer wird oder auch feuchter. Das ist nicht Klimawandel. Es wird ja heutzutage jedes Wetter extrem hochstilisiert. Wobei nicht jedes. Als es bei uns warm war Anfang April, da war es in China extrem kalt. Und darüber hat keiner berichtet, soviel ich weiß. Es werden sich die Punkte rausgesucht, die man gut verkaufen kann heutzutage. Nun ist dieser Alarmismus vor dem menschengemachten Klimawandel ja kein rein deutsches Phänomen. Auch bei der UNO ist das weit verbreitet. Generalsekretär Antonio Guterres sagte im vergangenen Sommer, die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei. Wir sind jetzt in der Ära des globalen Kochens. Also entspricht das nicht den Fakten? Das ist ja lustig. Ja, der gibt ab und zu so nette Äußerungen von sich. Der hat natürlich überhaupt keine Ahnung. Er hatte keine naturwissenschaftliche Ausbildung. Warum er diese Propaganda macht, weiß ich nicht. Könnte ich nur spekulieren. Er hat vor ein paar Jahren einen Titel gehabt beim Time Magazine. Da stand er im Wasser, knietief und Our Sinking Planet war die Überschrift. Im Kleingedruckten stand da auf der Titelseite, dass Tuvalu im Meer versinkt. Das war 2019 dieser Artikel im Time Magazine. Und ein Jahr vorher gab es eine Veröffentlichung in Nature. Da wurden Satellitendaten ausgewertet. Und die hatten zum Ergebnis, dass die Landfläche Tuvalus sich um drei Prozent vergrößert hatte seit 1941. Auch das reine Propaganda. Denn Koralleninseln können mit dem Meeresspiegel mitwachsen. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu lang dauern, das zu erklären. Aber das ist ein Fakt. Also es ist keinesfalls so, dass der Meeresspiegel dramatisch ansteigen würde irgendwo. Außer ein paar Großstädten, die im Meer versinken. Wie New Orleans oder Jakarta. Die sind einfach in weiches Sediment eines Flussdelters gebaut. Und die punkten das Grundwasser ab. Und dann versinken diese Städte einfach im Sediment. Und das kann ein paar Zentimeter im Jahr getragen. Und das gibt dann dramatische Bilder. Das ist menschengemacht, natürlich. Aber hat mit dem Klimawandel selbst nichts zu tun. Denn was wir an den deutschen Küsten sehen, dass der Meeresspiegel mit einem bis zwei Millimeter pro Jahr steigt seit 150 Jahren. Das sehen wir in vielen anderen Gegenden der Welt auch. Australien, Mittelamerika. Das ist das, was wir gut beherrschen können. Es ist nichts Neues. Es ist auch keine Zunahme des Anstiegs zu sehen. Ja, das bleibt bei diesen ein bis zwei Millimeter. An manchen Orten vielleicht drei. Aber auch das ist ja kein Problem. Wie erklärt man sich, dass wir seit Jahren immer wieder Meldungen über Temperaturrekorde, etwa auch in der Antarktis, lesen? Vorneweg ja auch die von Ihnen erwähnte Süddeutsche Zeitung. Die ist da herausstechend, würde ich sogar sagen. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich nicht die Zeit hatte, mich um andere Zeitungen zu kümmern. Ich komme halt aus München. Einige unserer Bekannten lesen noch die Süddeutsche. Da fallen dann Sachen auf, wie zum Beispiel der Antarktis-Temperaturrekord, den die Süddeutsche vor vier Jahren was gemeldet hatte. Angeblich wurden da 20,75 Grad auf Seymour Island gemessen. Und dann habe ich mir das genau angesehen und habe festgestellt, da wurden nie mehr als 15,5 Grad gemessen. Man kann diese Temperaturstationen im Internet abrufen. Wie die auf 20,75 Grad kommen, weiß ich nicht. Und auffällig war vor allem und ist vor allem auch noch das Bild, das sie dazu bringen, denn der Artikel ist immer noch online, obwohl ich die Süddeutsche auf diese Fehler aufmerksam gemacht habe. Und das Bild dazu ist eine gletschere und schneebedeckte Insel, die nicht Seymour Island sein kann zu diesem Zeitpunkt. Denn Seymour Island ist ja eine braune, grüne Insel, völlig ohne Gletscher. Im antarktischen Sommer gibt es da auch keinen Schnee. Da wird es einfach warm. Die Insel ist vom Südpol weiter weg als die nördliche Ostsee vom Nordpol. Da kann es warm werden und da sinkt vor allem vom Wind ab. Denn das Meer außenrum ist kalt, aber wenn kein Wind weht, heizt sich das Grill auf. Denn die Sonne scheint da über 24 Stunden intensiver als am Äquator. Bleiben wir noch bei Ihrem Lieblingsmedium, der SZ. Dort wurde auch vermeldet, dass Schneefälle durch die Erderwärmung immer seltener werden. Gleiches hört man aber auch bei ARD oder RTL. Wie ist denn hier die Faktenlage? Das ist regional unterschiedlich. Also bei uns gab es die letzten Winter wenig Schnee, nördlich der Alpen. Die Südalpen hatten diesen Winter extrem viel Schnee sogar. Und wenn man sich die ganze nördliche Hemisphäre anschaut, da gibt es gute Auswertungen der Rutgers University. Da stellt man fest, die Tendenz ist steigend über die letzten 50 oder mehr Jahre. Und dieser Winter, der war durchschnittlich bis sogar überdurchschnittlich. Also ich habe Anfang Februar da mal geguckt. Die Filmen machen da auch gute Auswertungen. Und da sieht man, dass für die nördliche Hemisphäre die Schneebedeckung diesen Winter, zumindest bis Februar, weit überdurchschnittlich war. Was wir hier in Deutschland erleben, das ist ähnlich wie die Düte, die wir für ein paar Jahre hatten in Nord- und Ostdeutschland. Das ist ein Wetterphänomen. Man kann davon ausgehen, dass es wieder mehr Schnee geben wird. Wir hatten ja extreme Schneefülle Anfang Dezember. Nächsten Winter ist es vielleicht wieder über mehrere Monate. Wer weiß, das kann man nicht vorher sagen. Abschließend, Herr Fleischmann. Unstrittig ist ja, dass die Temperaturen innerhalb der letzten 150 bis 200 Jahre global gesehen doch durchaus gestiegen sind. Politisch und medial wird das ja vor allem dem menschengemachten Klimawandel, also auch dem CO2-Ausstoß zugeschrieben. Warum scheint das hier ein internationaler Konsens zu sein, zumindest medial gesehen? Bad News sehr. Das weiß man auch schon seit ungefähr 150 Jahren. Die guten Nachrichten, die werden unterdrückt. Zum Beispiel eine gute Nachricht ist ja, dass in Europa im Sommer wesentlich weniger Menschen sterben als im Winter. Durch extreme Kälte sterben auch in den südeuropäischen Ländern viel mehr Menschen als durch extreme Hitze. Da gibt es eine Veröffentlichung im Land, die das belegt. Dieser Konsens, der ist unter denen, die von diesem Narrativ finanziell abhängig sind, natürlich vorhanden. Aber diejenigen, die das Geld nicht mehr brauchen, so wie John Clauser, der vor zwei Jahren den Physik-Nobelpreis bekommen hat und emeritiert ist, der sagt, das ist alles übertrieben, das ist eine Pseudowissenschaft. Der Klimawandel durch Kohlendioxid ist nicht extrem. Da gibt es die Wolken als regulativ. Es ist ja auch so, dass es keinen Anstieg der Temperaturen überall auf dem Globus gibt. Es gibt Gebiete, wo sich die Temperaturen überhaupt nicht verändern. Und es gibt Gebiete, wo es sogar etwas kälter wird. Es ist auch nicht so, dass der globale Süden am meisten leidet. Im Gegenteil, die Welt ist grüner geworden durch das erhöhte CO2 und durch die Verdunstung aus den Meeren, die ihn durch die höheren Temperaturen zugenommen hat und dass das Regen wieder runterkommt. Also es gibt so viele positive Dinge, über die man sprechen könnte und die man auch in meiner Broschüre findet auf meiner Webseite. Da könnten wir stundenlang drüben sprechen, aber die Zeit haben wir nicht. Vielleicht sprechen wir ein andermal dann noch über andere Details. Und ich glaube, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen, oder? So ist es leider. Wir werden an anderer Stelle ganz sicher da auch noch gerne weiter drüber sprechen, denn politisch wird dieses Thema ja auch weiter nach vorne getrieben. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dem Autor und Ingenieur Dr. Bernd Fleischmann für seine Einschätzung. Herzlichen Dank. Ich danke für die Einladung, Herr Joppa. Zurück bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gleich mehrere wichtige Wahlen finden in diesem Jahr statt. Da wäre einmal die EU-Wahl im Juni, die Nationalratswahl in Österreich im Herbst oder auch die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Doch können Wahlen wirklich etwas ändern? Hören Sie dazu einen Kommentar von Oliver Gorus. Alle großen gesellschaftlichen Probleme in Deutschland und alle Krisen der letzten zwei Jahrzehnte wurden von Politikern geschaffen. Ob Finanz- und Schuldenkrise, Migrationskrise, Corona-Maßnahmenkrise, Energieverknappung und Verteuerung, nichts von alledem wäre nötig. Wenn nicht die Parteien und deren unfähigste und verdorbenste Karriere-Politiker die Machtposten besetzten, sondern die kompetentesten Bürger im Sinne einer Volksherrschaft, genannt Demokratie. Die Schwachstellen und Webfehler unseres politischen Systems werden von der Zunft der Parteipolitiker gnadenlos ausgenützt. Da wird gelogen, geheuchelt, instrumentalisiert, die Fahne nach dem Wind gehängt, den Hals gewendet, gehetzt, getäuscht, diffamiert, mit Nudging und Framing manipuliert, was das Zeug hält. Für keine Sauerei ist ihre Schamlosigkeit zu gering. Und das alles betrifft jeden einzelnen Karriere-Politiker aus jeder einzelnen Partei. Je älter die Partei, desto schlimmer. Die AfD ist noch recht jung, darum ist der Anteil der Karrieristen in Pöstchen und Ämtern noch nicht bei 100 Prozent, aber auch sie geht den Weg einer klassischen Partei, wie ihn auch die Grünen gegangen sind. Die Idealisten und verantwortungsbewussten Staatsmänner, die wir aus der Frühphase der Bundesrepublik kennen, wurden mittlerweile durch die Parteikarrieristen komplett aus der Politik verdrängt. Wer einen Funken Ehre im Leib hat, hat keine Chance mehr, in den Parteien nach oben zu kommen und sich zu halten. Und hat darum auch keine Chance, mit einem Ministeramt betraut zu werden. Die Berufspolitiker haben unsere Gesellschaft zu einer neuen Form von Ständegesellschaft regrediert und sich selbst die Stellung eines neuen Stands von Fürsten angemaßt. Aus der Herrschaft des Volkes wurde eine Herrschaft der Parteipolitiker. Warum? Weil sie es können. Und warum können sie es? Weil wir viel zu braven Bürger sie gewähren lassen. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Fürsten gestürzt und entmachtet werden. In den nächsten ein bis zwei Jahren werden die Wirtschaft und die Sozialsysteme von der Ampelregierung durch die bereits beschlossenen Fehlleistungen dermaßen übel vor die Wand gefahren, dass diese damit unzählige Unzufriedene produziert und darum bei den nächsten Wahlen zu Landtagen und zum Bundestag komplett in ihre Einzelteile zerschreddert werden wird. Die Frage ist darum, was wir produktiven Bürger, die die Party der Politiker bis zum bitteren Ende unter Gewaltandrohung finanzieren müssen, spätestens bis zur Wahl 2029 tun können, um den konstruktiven Widerstand so zu stärken, dass wir die Fürsten stürzen, ihnen das Land aus der Hand schlagen und uns die Freiheit und die Selbstherrschaft zurückholen. Nichtpolitiker in Parlamente und Ämter zu wählen, könnte helfen. Um Nichtpolitiker in Parlamente und Regierungen zu hieven, könnten wir Bürger, wenn wir überhaupt an Wahlen teilnehmen, jedenfalls auf die Idee kommen, nur solche Kandidaten eine Stimme zu geben, die nicht durch eine Parteikarriere verdorben wurden. Das könnte bewirken, die Massen an parasitären Berufspolitikern, die die Parlamente als materielle Versorgungswerke missbrauchen, ohne die Absicht zu haben, diese wählenden Bürger zu repräsentieren, nach und nach zu verdrängen. Dabei genügt es, wenn eine oder mehrere dieser Nichtparteien so viele Nichtpolitiker in den Bundestag und die Landtage bringen, dass ohne deren Bündnisse keine Regierungsmehrheit zustande kommt und Parteien darum mit ihnen koalieren müssen. Meiner Ansicht nach können Bürger, die friedlich und gewaltfrei dabei mitwirken wollen, die Macht der parasitären Politiker zu brechen, zwei Wege parallel und gleichzeitig gehen. Den protestierenden Weg der außerparlamentarischen Opposition und den Weg über die Wahl von freiheitlichen Nichtpolitikern. Die Nachfrage nach parteiunabhängigen Wählerbündnissen und Honorationenparteien wird ein entsprechendes Angebot generieren. Für die Wahl zum Europaparlament haben sich beispielsweise gerade eine Handvoll Nichtpolitiker zur Liste Aktionsbündnis Demokratie zusammengeschlossen, darunter die Tochter von Markus Krall und der Sohn von Vera Lengsfeld. Wir werden noch mehr solcher Gruppierungen sehen, auch für Landtags- und Bundestagswahlen. Die Zukunft in der Politik, da bin ich sicher, gehört nicht den Volksparteien oder deren Remakes, sondern den politischen Unternehmern. Wie Gerd Wilders, Donald Trump, Javier Milley, Markus Krall. Auch Frauke Petry war in den Anfangsjahren der AfD eine solche. Wenn solche unternehmerischen Nichtpolitiker ihren Wählern glaubhaft versprechen, die Herrschaft der Politiker und Parteien zu schreddern, werden sie sogar für eingefleischte Nichtwähler zu einer validen Option. Sie hörten einen Kommentar von Oliver Gorus. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Sendung auch am Ende angekommen. Heute Abend um 20.05 Uhr erwartet Sie hier an dieser Stelle eine neue Ausgabe von Hallo Kontrafunk. Diesmal wieder mit dem Moderator und Satiriker Joachim Winter. Und wenn Sie mit ihm ins Gespräch kommen möchten, dann hier die passende Telefonnummer 00800 00900 900. Die Nummer ist kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichbar. 00800 00900 900. Heute Abend ab 20.05 Uhr ist Joachim Winter für Sie in der Leitung. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie bei uns natürlich auch noch einmal online auf kontrafunk.radio. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio